Seit 2009 bringt Lernort Stadion politische Bildungsangebote niedrigschwellig für Jugendliche in Fußballstadien. Lernort Stadion bringt Fußball und politische Bildung auf geniale Art zusammen. Das Stadion hat eine unglaubliche Kraft. Das Stadion ist der Ort, wo man positive Erlebnisse teilt. Wahrscheinlich eines der schönsten Klassenzimmer der Welt. Das Stadion wird zum Türöffner. Das gibt uns die Chance, Themen mit jungen Menschen zu reflektieren, für die sie vielleicht in der Schule weniger offen sind. Das sind demokratische Werte, Toleranz, Gerechtigkeit, Antirassismus, aber auch die Frage, wie wir eigentlich miteinander leben wollen. In 20 Standorten wurden bisher mehr als 70.000 junge Menschen mit dem außerschulischen Angebot erreicht. Ich meine, wann ist man schon mal im Fußballstadion und kann es sein Klassenzimmer nennen? Also es ist einfach ein einzigartiges Erlebnis für die Jugendlichen. Mit Düsseldorf, Leipzig und Osnabrück erweitern 2021 drei neue Standorte das Netzwerk Lernort Stadion e.V. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns auf euch.